Was hab ich nur falsch gemacht? Ich komm da nicht rauf. La 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 la. Einmal da bin ich rüber gehüpft. Dann bin ich hier gelandet. Und von hier? Von hier geht das irgendwie nicht weiter. Hm. Aber ich bin noch nicht doof. Da sind die Viecher. Okay. Die Viecher. Knack. Komm schon Leute. Helfen wir mal hier hoch. Ja. Hä? Okay. Okay. Ganz ruhig. Konzentrier dich mal. Konzentrier dich. Jetzt bin ich wieder unten. Mhm. Okay. Ich... Ich mach das mal nochmal. So. Warum das Feuer in der Schale weiterleuchtet, weiß ich auch nicht. Also brennt. Weiß ich auch nicht. Bei dem Regen dürfte das eigentlich gar nicht gehen. Yay! Yay! Hey, wieso bin ich denn so doof? Also diese Stufe da, die komm ich nicht hoch. Diese Runde. Oh. Versuchen wir es doch mal mit der Treppe, die ich jetzt übersehen habe. Weil ich dachte, man könnte sterben, wenn man da... Hau ich mich da runter volle, dann bin ich ganz sicher tot. Okay. So. Treppe. Yay! Noch ne... Yay! Okay. Jetzt ergibt das Sinn. Ich war einfach nur dumm. So. Oh, warte. Hap! Hap! Bam! So, da kann ich... Da kann ich theoretisch auch hoch. Die Frage ist... Hallo Fuchs, was lässt du denn die Ohren so hängen? Was ist los? Oh. Renn da mal nicht hin, der macht dich kaputt. Ah, okay. Oh. Ah, okay. Da wäre ich vorher gar nicht hochgekommen, weil zu niedrig anscheinend. Oder? Das finden wir jetzt mal raus. Das finden wir raus. Ja, wäre ich nicht. Okay. Hap! Ich glaube, das nimmt noch eine ganz traurige Wendung, dieses Spiel. Ich habe es irgendwie im Gefühl. Also, das ist so eine Kante... Ja, genau. Die ich gerade nicht hochgekommen bin. Da komme ich auch nicht hoch. Da bin... Von da bin ich, glaube ich, gekommen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich bin dumm. Na? Bist du abgestürzt? Ist das ein Fehler? Oder soll das so sein? Ah. Du, mehr Junge. Geh da hoch. Geh da hoch. Okay. Oh, die öffnen da was. Okay. Ihr hättet ja mal auf mich warten können. Und da geht die Tür auf. Yay. Und da ist der Fuchs wieder. Hallo, Fuchs. Warte mal. Was ist denn hier? Noch so eine Tür. Ah. Don't hurt me. Please. Ah, guck mal. Geheimnis. Ist wahrscheinlich wieder nur ein dummes Puzzleteil. Alter. Da habe ich aber eine ganze Menge nicht mitbekommen. Ich habe in einem Level nicht eins gefunden. Okay. Meine Fresse. Ja. So, weiter geht's. Also. Ja, komm her. Ja, komm her. Ich kletter jetzt nicht unter den Tisch für dich. Was ist los? Willst du mal hier hochkommen? Willst du mal hier hochkommen? Ihr verarscht mich immer. War's das? Also, wir gucken jetzt, was hier los ist. Also, der steht hier schon wieder vor der Tür. Jetzt kriegen wir vielleicht mal mit, was passiert. An der Tür. An der Tür. Was zur Hölle? Oh, ich glaube, das nimmt noch eine ganz eklige Wendung. Okay. So. Wollen wir mal versuchen, nicht zu sterben hierbei. Hopp. Hopp. Nordlichter? Hm. Und da sitze ich und weine. Und die haben zum ersten Mal keine Angst vor mir. Oder bekämpfen mich. Außer hier, da lassen sie mich natürlich nicht durch. Holy crap. Okay. Oh, Mann. Das ist... Das ist heavy-duty-shit. Schauen wir doch mal. Da komm ich nicht lang. Hier komm ich aber lang. Dann guck ich doch mal, was hier passiert. Hm. Hier ist eine kleine Tür. Da gibt es bestimmt ein Geheimnis oder sowas. Nee, es gibt hier immer nur Treppen über Treppen über Treppen. Mein Gott. Gehen wir doch mal erstmal zu diesem blauen Strahl. Vielleicht verrät der ja irgendwas. Okay. Da hinten ist der nächste... Okay. Ich laufe zu den Strahlen. Gut. Das... Das ergibt Sinn. Die Frage ist... Wie komm ich dann zu dem nächsten hin? Ich versuche das einfach mal stumpf, indem ich in die Richtung renne. Ja, das hier scheint richtig zu sein. Äh... Was zur Hölle. Ah, okay. Geht das jetzt... Dabei bin ich nicht gestorben. Dabei habe ich keinen Stein ins Auge gekriegt oder so.